Wunderbar, wir haben gleich 52 Minuten. Nach der Karte von BW System Baustoffe, Thomas Imper von der Britta GmbH, Jochen Krause von der Arna-Mobla G, Überholspur. Es ist da, Stefan A. Lübenspreis und Kötter. Ist das so, oder? Ja, hier in Deutschland, das ist der Teamkette. Von der Deutschen Bahn. Die Arna-Raschke von Scholz und Volkmar. Schlipper Public vom Lummer Westen Partners GmbH. Heidi Sander vom GGK GmbH, Kunker G. Aus Greifenstein-Ballstein. Auf beiden Seiten gibt es Getränke. Tatsuya Yamanji ist da von All Nippens Airways. Und Sabrina Kuh. Ja, und daneben ist Hanna Emmerich. Von Höfner Möbelgesellschaft. Ihr dürft jetzt was trinken und dann wieder weiterlaufen. Er ruft. Ich rufe zurück. Das ist der... Nee, steht das von Nies und Nordrhein. Habt ihr noch angetauscht? Ganz ruhig, auch noch. Das ist Marcel A. Lübenspreis von der Volksbank Höchst. Der hat den Ball gewonnen. Guckt mal, guckt, das ist schlimm. Stefan Leiter. Ihr Männer, trinkt euch was. Ihr seid dehydriert. Ja, es kommt Felix Trittmann dadurch. Von der Deutschen Rückgangsar. Dann den Weltkrieg von Matthias Hitzina von Huck-Hoburg. Versicherung. Julia Joppen von CSL Bering gegen MWH. Laufzeit im Moment. Gleich vier, fünf Minuten. Auf beiden Seiten gibt es Verträglichestände. Geht ein Stückchen weiter durch. Ja, gegenüber sind die Kollegen auf dem Balkon. Die Kollegen von Herrn Stockmann. Wo ist denn Herr Stockmann? Den würde ich ja gerne mal kennenlernen, den Herrn Stockmann. Ist der auch da oder läuft der? Der läuft. Warum laufen die hier nicht? Die hat gelogen. Die hat gerade gelogen. Ich habe es genau.